ja hallo und herzlich willkommen liebe community zu einer weiteren folge des stationeers tutorials und heute beginnen wir mit der mars basis ja wir wollen heute hier alles aufbauen und müssen uns ein bisschen ran halten ich habe euch ja immer gesagt ja ihr habt hier zeit ist kein problem ja prinzipiell haben wir zeit aber wir müssen hier am anfang ein bisschen finger ziehen weil wir sonst ja hier ein bisschen in die bredouille kommen dass wir keine energie mehr haben und deswegen müssen wir jetzt mal ganz schnell überlegen wie wir jetzt unsere basis aufbauen naja ich mache schon wieder panik aber das eigentlich quark die müsste gar nicht haben die panik ihr müsst nur ein bisschen was überlegen guckt schon mal wo die sonne steht ja ihr müsst nämlich eure basis ausrichten anhand der sonne wo sind denn jetzt hier die sachen die ich brauche ich bin natürlich in der letzten kiste wie ich feststellen muss wo sind sie denn ich suche die hier sind sie meine herren wir brauchen die eisengerüste wie schon sagte das ding lassen wir drin wir können dann auch hier sachen mal raus tun die wir nicht brauchen den netzwerk analyzer brauchen wir erstmal noch nicht wir nehmen die eisenplatten raus auch da packen wir jetzt mal die pille rein die brauchen wir nicht die solarzellen brauchen wir auch noch nicht die wände können wir schon mal mitnehmen wir nehmen den generator mit und ne wir nehmen den generator noch nicht mit wir nehmen den die drehmaschine ne die nehmen auch nicht mit wir nehmen erstmal den lichtbogenofen mit und jetzt fangen wir es mal an also wir gucken jetzt erstmal die sonne geht also da auf und wird wahrscheinlich so über unseren kopf runter gehen also gucken wir auf die sonne und gucken hier unten mal gradzahl ja 94 grad also bei 90 grad da wird die sonne aufgehen das heißt wir müssen unsere basis so so rum ausrichten 90 grad das heißt wir machen das mal nicht allzu weit weg von unserer landestelle hier damit war nicht so weit laufen müssen mit unserem schnatter so hier und wir gucken mal so 90 grad heißt da ist die sonne und wir werden unsere basis entsprechend hier aufbauen das heißt wir fangen jetzt hier schon mal an ein paar gerüste zu setzen so dann haben wir die gerüste gesetzt dann nehmen wir uns die eisen sheets also die eisen gerüste nehmen unseren brenner in die rechte hand drücken die rechte maustaste dann geht der an und jetzt gibt es zwei stufen beim konstruieren das ist die erste das ist nur die hinstelldings da seht ihr schon mal grob wo die sind die zweite stufe ist mit den eisen platten und den schweißbrenner rechte maustaste drücken einmal den balken durchbrennen habt ihr hier ein kreuz drauf ja hier könnt ihr nicht drin stehen hier könnt ihr drauf stehen ja das ist die erst die zweite stufe die dritte stufe wäre wenn wir jetzt noch weiter schweißen würden die brauchen wir aber noch nicht deswegen werden wir jetzt erstmal hier die erstmal alle schweißen so das machen wir wieder weg das ding stecken wir uns wieder ein dann nehmen wir jetzt in die nächste hand schon mal das solarpanel wir haben hier irgendwo ein solarpanel drin das solarmodul das ist zwar ein doofes solarmodul aber das ist besser als gar keins ja also wie gesagt wir müssen gucken da geht die sonne auf also stellen wir das da ab und hier sehen wir auch auf der rechten seite hat diese solarmodulen stromanschluss wir werden das natürlich so drehen dass wir den stromanschluss hier haben ja und wir bauen das und wir brauchen sehen wir jetzt hier wir brauchen noch eine glasscheibe das heißt wir gehen wieder zurück wir gucken mal hier irgendwo waren glasscheiben drin hier sind glasscheiben die nehmen uns auch mit und wir machen hier mal schnell ein strom dran so die solarzellen packen wir hier wieder rein schmeißt es nicht rum denn wir haben wetter aktiviert das heißt wenn das wetter kommt werden wir wird hier alles rum fliegen so was wir jetzt brauchen ist eine sogenannte apc das ist eine area power control das ist quasi ein gerät hier heißt es ersatzstromversorgung in deutsch das ist ein gerät was uns unsere energie die wir hier erzeugen quasi zwischenspeichern kann einem akku und was natürlich diesen kreis des akkus sozusagen den wir hier haben auch für uns sozusagen benutzbar macht ich werde das ganze jetzt mit absicht ein bisschen hier hier rüber tun weil wir später hier noch ein bisschen umbauen werden und dann ist uns das nur im weg und deswegen stellen wir die jetzt hierhin so area power control ist aktiviert wir nehmen uns unseren ja wir nehmen uns unseren kuhfuß wollte ich sagen aber den können wir uns noch gar nicht nehmen weil wir ja noch gar nicht alles ablegen können wir haben ja noch ein kleines inventar das war so ein toller sprung so jetzt nehmen wir uns unseren kuhfuß und machen das ding auf jetzt ist das ding auf dann nehmen wir uns unsere batterie die ich hier natürlich wieder vergessen hat mitzunehmen die nehmen wir mit die große batterie und wir packen die hier rein wir schalten das ding an macht ein bisschen geräusche ja okay so jetzt nehmen wir die kabel in die hand ja ich muss erstmal die eisenplatten weg tun oder wartet mal das komische solarpanel das packen wir mal weg das brauchen wir nämlich überhaupt nicht hier gerade haben wir jetzt noch irgendwelche sachen frei ja haben wir können wir hier noch mal die beiden chipkarten weg packen das tablet packen wir auch mal weg das brauchen wir sowieso noch nicht also werden wir das mal so machen so und jetzt geht's los jetzt fangen wir an das ist eine apc ist eine batterie drin das bedeutet diese stromversorgung kann alle geräte die hinter ihr sind mit stromversorgung von dieser batterie und diese batterie wird geladen von einem solarpanel und zwar in dem fall hier sieht man wenn man da drüber geht so mit der maus da steht dann eingangsverbindung und hier hinten wir machen das mal zu dann seht das besser ja wir können es ja auch mal anmachen genau so dann machen wir es zu und da steht ausgangsverbindung dann müssen wir hier das wieder weg machen ausgangsverbindung also hier muss der strom rein und da muss er raus also wenn da der strom rein muss nehmen wir in die einen hand die kabel in der anderen hand nehmen wir die kabelschere ich höre schon wieder irgendein geräusch hier ist nicht gut und jetzt geht's los rechte maustaste auf das kabel und jetzt gucken wir mal wir machen eine gerade wir machen eine gerade wir machen eine kurve da könnt ihr dann die c-taste drücken da wird dann automatisch versucht die richtige richtung zu finden ja einfach so ist sie sich schön aus aber ist egal und dieses solarpanel macht jetzt schon energie wir sehen ja jetzt hier in der entsprechenden in der entsprechenden apc hier also in diesem dings da sehen wir die batterie ist ja voll die da drin ist aber nehmen wir mal unsere anzug batterie raus packen die mal da rein da sehen wir die wird geladen ja das heißt also wenn es blau grün leuchtet also blinkt heißt dass die batterie wird geladen aber es wird hier hinten keine energie raus genommen aus der batterie also ist schon voll fast voll blau wäre jetzt ganz voll die lädt jetzt hier ein paar watt das ist leider ärgerlich weil dieses modul halt echt wenig strom erzeugt 29 watt ist echt für den arsch weil die sonne steht ja schon da hinten aber wir haben schon mal ein bisschen energie für die nacht so was als nächstes aufstellen ist der kohle generator das ist immer etwas was die leute vergessen ne ist der lichtbogenofen der kommt später erst was die leute vergessen wenn sie nämlich keine energie haben können sie auch den kohle generator nehmen und den werden wir jetzt als erstes mit aufstellen einfach weil wir es können und weil wir damit sicherer sind wenn wir mal energie brauchen ja den können wir hier aufstellen und der hat ihren stromanschluss ja und auch den werden wir jetzt ganz normal hier mit unserem kabelmanagement sozusagen anbinden an unsere technologie hier und ja als nächstes nehmen wir uns den mining gürtel das ist der hier bergbaugürtel ziehen hier rein rücken hier wieder drauf ja dann haben wir den mining gürtel auf mit der alt gedrückten alt taste machen wir das hier alles schicke nehmen unser mining gerät raus drücken das funktioniert also rennen wir noch mal schnell los und suchen wir nach kohle wir gucken mal wo die sonne ist alles klar hier ist ja gleich kohle in der nähe also drücken wir ist ein bisschen laut jetzt ja ich weiß aber kriegt da hin und fahren jetzt hier mal ein bisschen kohle nicht zu viel ja einfach nur jetzt mal hier ein bisschen so rumrennen und ein bisschen kohle fahren und die landet dann hier bei euch im gürtel ja und die brauchen wir ja nur um zu überleben falls wir jetzt das mit der solarenergie nicht hinkriegen ja und so seid ihr immer safe dass ihr genug energie habt für ihren anzug und für eure geräte die könnt ihr dann nachts auch verwenden viele leute bei den tutorials arbeiten halt nachts nicht weil sie keine energie haben wir haben aber energie weil wir sind ja nicht blöd wir haben kohle ja so das reicht schon 50er stack reicht vollkommen aus drücken wir wieder o ziehen das ding da wieder rein haben das aus der hand raus haben hier unseren kohle generator und der hat hier eine öffnung da stecken wir diese 50 kohle rein und damit ist der safe der ist jetzt bereit den könnt ihr jetzt einschalten wenn ihr wollt brauchen wir aber noch nicht weil ja ist nur für den notfall so jetzt sehen wir die batterie ist rot das bedeutet sie wird nicht geladen ja weil sie weil die sonne ist weg ja wir haben hier kein null watt das heißt die ist rot und die verbraucht jetzt auch keine energie weil wir haben ja noch nichts dran was energie verbraucht aber egal so dann haben wir das auch so als nächstes was verbrauchen um wirklich loslegen zu können ist der lichtbogenofen ja der lichtbogenofen sorgt dafür dass wir er zu schmelzen können und die lichtbogenofen den werden wir auch so aufbauen dass wir hier keinen stress haben mit den kabeln ja also nach der apc nach dieser area power control machen wir jetzt den die apc hier dran wir werden hier gleich mal ein t-stück hinbauen weil wir sowieso später hier noch ein bisschen mehr sachen anschließen werden und damit hat der lichtbogenofen strom wir können ihn anschalten und wir können sachen schmelzen so was wir jetzt noch brauchen um eigentlich erstmal gefahrlos die nacht zu überstehen ist unser unser autolays also unsere erstes fertigungsgerät mit dem wir so die grundlegenden sachen fertigen können also das ding heißt drehmaschine ja die nehmen wir jetzt mal hier und stellen unsere drehmaschine mal hier drüben auf die andere seite hin und für die drehmaschine brauchen wir noch ein schweißbrenner und zwei eisenplatten die eisenplatten haben wir schweißbrenner haben wir auch drücken die rechte maustaste schweißen den nicht vergessen auszumachen also wieder rechte maustaste drücken das ding wieder weg packen was brauchen wir als nächstes fahren wir mit der maus drüber vier kabelspulen die haben wir hier so haben wir drin und jetzt brauchen wir noch zwei kunststoffplatten die haben wir leider noch nicht im inventar die müssen wir uns noch schnappen die liegen auch hier im in den kästen irgendwo rum hier oben liegen sie und schafft platten und mit diesen kunststoffplatten müssen wir dann auch mit dem schweißgerät im schweißgerät müssen wir die ganzen sachen daran schweißen drücken und schweißen so drücken dann geht er wieder aus und als nächstes brauchen wir den schraubenzieher genau den schraubendreher heißt es ja um das gerät fertig zu stellen so jetzt haben wir unser erstes gerät das ist unsere sogenannte autolase mk1 die kann man auch noch upgraden auf mk2 und mit dieser können wir jetzt easy peasy fangen wir hier an mit strom fahren wir hier rüber einfach nur weil was können machen wir es ein bisschen hässlich schön kann jeder es geht ja erstmal darum zu überleben so jetzt hat unsere autolase strom ja die batterie wird jetzt hier entladen sozusagen hiermit können wir die ärzte schmelzen und die können wir dann die bahn können wir hier rein tun und wenn wir das gerät einschalten können wir hier unter rezepte können wir gucken was wir so bauen können und da werden wir natürlich jetzt am anfang erstmal ein paar sachen bauen aber wir sparen jetzt erstmal strom der ist nur für notfall ja easy peasy und jetzt geht es weiter wir beobachten natürlich weiterhin unseren ladezustand unseres akkus ja den dürfen wir nicht vergessen jetzt geht es weiter wie die tür bauen wir noch nicht das werden wir noch nicht machen wir gucken mal was wir hier haben hydrokultur klimaanlage generator portable den brauchen wir noch nicht den luftreiniger das wasser brauchen wir auch noch nicht hier sind nur die labler und die farben drin das ding hier wollte ich haben jetzt haben wir leider leider haben wir jetzt unsere kabel da reingeschmissen das heißt wir nehmen die wieder raus packen die immer hier rein packen unsere werkzeuge mal weg dass wir die hände frei haben jetzt haben wir ein portable einen beacon sozusagen jetzt guck mal jetzt seht ihr schon eure basis gar nicht mehr wo ist unsere basis die war hier irgendwo aber da hinten leuchtet es also hier ist unsere basis ja um unsere basis wieder zu finden können wir diesen beacon aufstellen den schmeißen wir hier hin so mit kuh und jetzt können wir diesen portablen peil sind anschalten ausschalten ja wir lassen die noch aus weil die batterie ist ja noch voll sozusagen und die wollen wir auch später verwenden und um den dann auch wieder zu finden müssen wir den peilsignal empfänger mitnehmen das ist diese kassette die wir in unserem tablet reintun können ja wenn wir hier r drücken geht ja das menü von der dings auf vom tablet und da nehmen wir dieses peilsignal ja und dieses peilsignal das ist nämlich das schöne da finden wir unsere basis nämlich ganz einfach wieder wenn wir das peilsignal anschalten und unser links anschalten dann sehen wir hier seht ihr das das peilsignal das heißt wir können unsere basis wiederfinden falls das so aussieht bei euch und da steht fellpower 0 dann einfach mit mausrad scrollen dann habt ihr den peilsender so den nehmen wir mit falls wir jetzt mal meinen gehen meinen gehen sollten und uns hier verordnet und unsere basis nicht wiederfinden würden dann können wir den anschalten so wir haben wetter aktiv das heißt wir können jederzeit sterben was ich euch raten würde wenn wirklich storm kommt dann macht euren mining gürtel an und buddelt euch unter der erde ja hier mit dem gerät gerät in der hand buddelt euch unter der erde und dann ist peng ja so aber hier haben wir jetzt erstmal eisen das ist die erste ressource die wir brauchen deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen eisen farmen wir haben ja den peilsender aktiviert der ist zwar nicht angeschaltet ja weil er weil wir ja noch nah an unserer basis sind und das sowieso gleich wieder tag wird deswegen habe ich jetzt nicht angemacht aber wenn ihr weiter weg geht solltet ihr ihn anschalten ihr solltet aber nicht vergessen dass die batterie da drin natürlich nicht lange hält das heißt wenn ihr zwei stunden hier rumirrt dann seid ihr irgendwann nicht mehr in der lage eure basis wieder zu finden weil die batterie vom trecker aus ist also da auch immer darauf achten dass die batterie voll ist falls ihr euch etwas weiter weg bewegt von eurer basis ich bin jetzt hier noch nah dran deswegen passiert mir jetzt hier nichts und wir fahren jetzt erstmal ein bisschen eisen ja wir brauchen ein bisschen eisen das habt ihr auch gesehen das sieht auch aus wie eisen und wenn man so mit dem mining tool da drüber fährt dann sieht man auch dass da eisen steht ja hier steht ne abbauen eisen da ist dann eisen dahinter wenn ihr das also an schriftzug seht ja kann man hier schön weg fräsen eisen braucht ihr sehr viel in diesem spiel das heißt ihr könnt auf jeden fall und solltet auf jeden fall auch extrem viel eisen farmen und das werdet ihr auch ich werde jetzt am anfang immer ein bisschen eisen farmen oder sachen farmen und wenn ich dann sage ich gehe jetzt mal gold suchen dann pausiere ich das video kurz und ihr könnt müsst nicht dabei sein beim farmen aber ich will es euch jetzt nur noch mal zeigen ja so farmt man halt eisen ich mache das immer so in verschiedenen abstufungen und so kriegt man eigentlich immer alles raus was man rauskriegen will ja hier haben wir auch noch ein bisschen eisen hier ist auch noch ein bisschen kupfer das können wir gleich noch mitnehmen das brauchen wir nämlich auch ja kupfer ist auch wichtig ist in die ersten drei ressourcen die in dem spiel braucht sind eisen kupfer und gold das heißt wenn ihr eines von diesen sachen seht solltet ihr sie sofort farmen ja das ist wirklich wichtig und gerade kupfer für die kabel und sowas da braucht ihr auf jeden fall eine menge und ihr braucht natürlich eisen um eure basis zu bauen ja ist ja klar so also dementsprechend nehmen wir alles mit was wir hier finden am anfang bis unser mining belt voll ist dann können wir aber noch tricksen wir können nämlich hier zum beispiel volles decks hier hochziehen das geht übrigens nur mit erzen macht ihr das mit eis oder also mit wassereis sauerstoffeis oder wolle teils eis dann wird das schmelzen und verschwinden ja also aufpassen nur im mining gürtel bleibt das eis des planetens so in der konsistenz dass ihr es auch weiter verarbeiten könnt hinterher ja also wenn ihr also eis gefarmt habt weil ihr zum beispiel gase weil ihr irgendwas herstellen wollt wie zum beispiel die furnace betreiben wollt oder so dann das gas oder das eis bitte weiterhin in der tasche lassen da nicht rausnehmen in der hand oder so das würde dann sofort schmelzen außer es sind minus gerade also nachts zum beispiel dann könnt ihr das machen dann geht das wenn aber draußen 20 grad sind dann schmilzt das eis in euren händen so jetzt haben wir erstmal genug hier rumgeeiert hier jetzt müssen wir gucken wo unsere basis ist wir drücken j und wir gucken mal wo unsere basis ist irgendwo leuchtet was hier hinten leuchtet was so jetzt gehen wir mal unseren jetzt gehen wir mal unserem dings mehr schub ja dann fliegen wir nämlich ein bisschen schneller also eigentlich komischerweise ist das nicht der fall seltsam so wir machen den bieten wieder aus alle war ja aus okay 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 wie sieht das hier aus unsere batterie ist leer aber die sonne wird ja gleich kommen aber wir haben ja vorgesorgt das heißt wir werden hier ein bisschen eisen reinstecken machen den ofen an wir drücken den ofen an und wir schmeißen unseren generator an wo ist unser knopf hier ähm so und der generator erzeugt jetzt strom kohle haben wir ja ne easy peasy und da können wir hier unsere batterie mal laden wir werden mal das hier umdrehen damit ihr mal seht wie die batterie wie der ladestatus der batterie ist die ist nämlich grün die ist wirklich gut ja und sobald die halt so ein bisschen bläulich wird jetzt ist er blau jetzt machen wir den generator aus ja das heißt blau heißt voll geladen jetzt ist die batterie voll und wir können weiter eisen schmelzen wenn er hier über den knopf geht könnt ihr sehen wie viel erz ihr noch zu schmelzen habt und die sonne geht schon wieder auf aber wie gesagt das solarpanel ist natürlich schrabbel das wollen wir nicht haben wir werden später andere brauchen das heißt deswegen werden wir jetzt hier schon mal vorbereiten ähm hier werden wir nachher noch andere solarzellen hinbauen und oh während das eisen schmilzt können wir hier schon mal die sachen fertig schmelzen äh fertig äh fertig schweißen aufpassen mit dem brenner auf keinen fall auf kabel halten die würden dann kaputt gehen ja also aufpassen den brenner nicht auf kabel halten so jetzt müsste unser eisen hier fertig sein unser eisen ist fertig das packen wir jetzt hier rein und als nächstes schmelzen wir natürlich unser kupfer ähm wir wechseln wieder den belt stecken das kupfer hier rein drücken auf activate und er schmilzt es wie gesagt jetzt scheint die sonne ja wir haben zwar noch keine energie von der sonne aber jetzt über den tag über werden wir energie haben und hier immer darauf achten dass die energiezelle hier ordentlich schöne farbe hat wenn die nachher rot wird macht einfach den generator kurz mal an so jetzt haben wir hier eisen drin und jetzt können wir das ding mal anschalten und jetzt können wir mal gucken was wir hier so haben und natürlich ziemlich weit unten findet ihr dann die entsprechenden eisen gerüste und die wollen wir erstmal herstellen damit wir unsere basis weiter ausbauen können also wollen wir weiter eisen gerüste hier seht auch batterie hält solarzelle macht schon ein paar watt das ist okay und so zerbröselt der keks nun mal ja so mache ich jetzt mal einfach so wenn ihr wollt dass die geräte halt aufhören zu produzieren einfach nochmal drauf klicken dann hört der auf und ausmachen um energie zu sparen ja klar kupfer braucht hier in diesem ofen etwas länger also da bitte nicht angst haben das ist leider so so jetzt gucken wir mal hier ob wir hier irgendwo eine furnace haben am anfang also früher hatte man hier eine furnace also den schmelzofen wenn nicht müssen wir einen bauen luftreiniger wasser also ich glaube wir haben tatsächlich keine furnace wir haben echt keine furnace wie gemein ist das denn das ist ja richtig treppe pfeilsender spinnt wir haben echt kein die haben uns echt keine furnace gegeben war das ist ja gemein das ist ja richtig gemein ha okay dann müssen wir eine bauen okay dann gucken wir mal äh was wir für die furnace brauchen also für die ähm für den ofen da geben wir jetzt mal hier hoch und gucken mal von oben nach unten was wir brauchen ähm lichtbogenofen das ist der hinter uns die drehmaschine ist das gerät hier ähm eine zentrifuge brauchen wir noch nicht die truhe elektronikdrucker der ist ganz wichtig den brauchen wir für kabel also würden wir den wahrscheinlich jetzt erstmal zuerst bauen ähm und wie haben sie das ding auf deutsch genannt heißt das ding schmelzofen oder wie heißt der auf deutsch ich weiß nicht wie der heißt eigentlich heißt der schmelzofen lichtbogenofen okay also müssen wir den schmelzofen jetzt bauen das ist die furnace und für den schmelzofen ähm naja obwohl ich würde erst den elektronikdrucker bauen ja ich würde erst den elektronikdrucker bauen ähm so jetzt wird hier energie erzeugt ja 288 watt das ist okay ähm wir werden erstmal den elektronikdrucker brauchen weil ich glaube der ist nämlich wichtig das heißt wir brauchen noch gold und gold sollte man natürlich nur am tage suchen äh weil ihr natürlich ähm ja weil ihr natürlich äh sehen müsst wie das aussieht und ihr euch natürlich schnell verirren werdet wenn ihr nicht genau aufpasst wie spät das ist das kann man schön am sonnenstand sehen so und wenn man hier von oben guckt dann sieht man oh der ist ganz schön langsam der der jetpack ey also das ist der basic jetpack es gibt natürlich noch einen schnelleren nachher später aber der ist schon echt anstrengend langsam hier das müsste silber sein das brauchte jetzt noch nicht genau das brauchte jetzt später gold ist immer so ein bisschen glänzender wir gucken immer wir passen immer darauf auf dass wir unsere basis noch sehen ja gucken wir mal was wir hier so haben kohle ja gold ist nicht so einfach zu finden das müsste hier glaube ich blei sein wenn ich mich nicht irre das sieht so ein bisschen so aus ja das blei blei braucht ihr auch im late game später also was heißt im late game später irgendwann hier haben wir eis das ist halt das normale eis was wir so haben ja und ich werde erstmal versuchen gold zu finden und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder denke ich mal weil ihr habt ja gesehen dass es ziemlich easy ist eigentlich so eine basis zu starten und ja dann machen wir in der nächsten folge weiter und da sprechen wir dann darüber wie wir unser dings aufbauen unser gewächshaus das wird dann die nächste folge sein denke ich mal und dann gucken wir mal wie eine dings funktioniert eine schleuse ja das ist nämlich das da oben ist gold was wichtig ist ist zu verstehen wie man eine schleuse richtig konfiguriert und das werden wir dann gemeinsam machen wie gesagt der ist echt schon langsam hier das ist ja irre unsere basis ist rechts von uns merken wir uns so hier ist gold und das brauchen wir jetzt auch wir brauchen jetzt erstmal nur zwei gramm also ich hoffe dass wir hier noch irgendwo was finden dass das nicht nur ein stück war aber das sieht so aus als wenn das nur ein stück war das ist schlecht oder drei waren es ah das ist natürlich jetzt schlecht fürs tutorial aber kein problem man sucht einfach weiter und dann wird man das schon finden gut ich würde sagen ich farm noch ein bisschen für die nächste folge und da das gold guck mal da ist gold aufpassen hinter dem berg ist unser basis okay ich farm noch ein bisschen für die nächste folge und wir sehen uns dann im teil 2 des tutorials wenn es heißt wir bauen eine furnace nicht wahr gucken wir mal richtung 240 grad ungefähr gut also wir sehen uns dann im nächsten teil haut drin tschüss gut